Das war ja auch, macht auch! Gut! Ich hab schon ins Gebuff'ed. Genau, ich hab's das erste Mal probiert. Da ist er. Er hat sich die Leute weggemacht, weil es da was Gebuff' hte. Ach ja, Daniel, du stand da, der Geile! Haha! Ja, prima! Was, bist du da? Oh, nee! Ja, wenn du von fünf Leuten angegriffen warst gleichzeitig, wenn du mit dem dritten stehst... Boah, Alter, was macht denn da hier auf den Wirbel? Haha! Scheiße, scheiße, ich bin tot! Ach, ist ein großer... Ach, der hat keiner geholt! Ich hab keine Ausdauer mehr, scheiße! Mist! Oh, fuck! Hier ist mal mein Zeichen drinnen wieder hin! Oh, nein, wo hab ich hin? Oh, ich hab's hin gefeiert! Hast gesteckert, hast gesteckert, hast gesteckert! Ja, aber ey! Ey, die schwarze Flamme hat echt viel Schaden gemacht in dem, krass! Ah, scheiße, das ist viel Feuer! Ja, hier hat er, Flotte, Flotte ist vorgerannt! Bin ich das? Alter, macht Feuer viel Schaden! Ach, du Kling! Ich kann alles nur schnell von Möbeln herstellen, bevor es heute geht! Hast gehört? Ne gehört! Ich höre jetzt schon wieder so schlecht auf der Ohren! Ich hab nur... Der eine, der kommt hier angelaufen! Achtung! Da hat schon... Achtung! Wo ist er? Ach, da! Ich weiß nicht! Ich bin eine Blume! Ich bin eine Blume! Ich bin eine Blume! Ich bin eine Blume! Der rennt aber von uns weg! Ich bin eine Blume! Was siehst du da? Oh da einmal da sieht er uns nicht. Weil er rennt ja komplett woanders sind. Warte mal ich guck mal hier dass er was sieht. Hier sind wir. Jetzt wirst du uns einsehen. Wo ist er denn gerade? Ach da unten. Genau der rennt von uns weg. Der rennt hier oben zum Drachenbügeln. Ja 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 ja. Aber den stehen musst du ja eigentlich sehen, dass er ja leuchtet, das kann ja nicht sein. Das guckt er. Das guckt er. Hey. Also ich sitz unten an der Treppe, wenn du an der Treppe hoch... links, dann kann ich ihn von hinten wieder attackieren. Oh oh. Immer dieses grünen Schnäbel ey, es ist schlimm. Das ist auch guter mit gutem Buff. Ja. Oh geil, hier sind Löwe drin. Geil. Wir sind wirklich, ne? Ne, eh noch, eh noch. Oh, jetzt sind noch die Flammenzombies dazu oder was? Oh geil. Heck, meck! Oh, boah. Oh, boah. Oha. Das müssen wir wieder außen rumlüfen oder? Ich weiß es nicht. Oh, Flamme. Gib mir auf. Achtung mal auf. Ich weiß es nicht, ob es zu dogma. Na, ich bin nicht. Na, ich bin nicht. Da kann ich nicht. Da kann ich nicht. Was ist denn? Ich bin nicht. Ich bin eher gebeten. Oh, ja. Das ist ja nicht. Das ist ein bisschen wie so ein Wessel-Ding, so kennst du die Schleifer, ja, ich weiss nicht. Aber hier hat nicht einen schönen Hebel, wo du das so aufmachen kannst, oder? Löwen geradeher kriegst du die, okay. Die ist auch gut, da kannst du eben schnellsteigern. Hier ist er, hier ist er. Wo ist er? Achtung, da hat sie eine Bazooka. Was ist denn eine Bazooka? Ja, beim Löwe ist der. Ja, ja, ich hab nicht alle auf mich geschossen. Was, Bazooka? Meinst du die Balliste, oder was? Nee, die Bazooka, was wir schon mal hatten, wo das... Vision hier von Draha. Na, Stella könnt ihr, Draha, ja. Da drüben sitzt nur der heilige Ronny, ne? Der heilige Ronny, das ist ein Konter. Oh Mann, das ist die. Oh Mann, das ist die. Oh, Blitz macht, oh, Blitz macht echt viel, ich hab ja mal Blitzballchen gemacht. Ja. Da hab ich nicht getroffen. Also das ist gleich viel wieder, was wir schon mal hatten. Ähm... Ja. Na, da steht jetzt glaub ich aber der Lauf. Na, da kann ja ich alles in der Eizscheiße, dachte ich, oder? Da hab ich das. Ich dachte, da kann ja ich so eine Eizscheiße. Oh, was macht der jetzt da? Das meinst du? Aufstehen. Taubisch. Oh, Allah! Ja, Blitz, Eis, alles. Oh! Hilfe, hä? Oh! Leggummi! Oh, blödiger Finger! Genau neben mir! Wex. Dann wird es weg. Die Uhr hehe! Die Uhr hehe! Genau neben mir. Genau, genau. Achtung! Ja, der will nennt er! Und er hat sich wohl gut жciert! Haltsch! Konntet! Konntet! die jude die jude aber so viel schaden macht er mir gar nicht dann kommen wir an welcher attacke der mich trifft das war der dreischussbetrieb oder? weil steven hat auch viel schaden gemacht mit der Ehe-Attacke na gut, die Pick-Attacke, da durft sie sich echt da drüben lassen das ist dann gar nicht wie gestackert da fällt Schallachfäule, geil, ging aber schnell die kenne ich ja gar nicht, die Attacke auf jeden Fall Schallachfäule, siehst du das? ja ja herrlich wie der aussieht farblich, ja, siehst du schon wie, 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 hast du doch du hast doch mal seinen Dreischussbetrieb gemacht auf den, ne? ja, da hat es schnell gestackert krass, ich hab mich selbst vergiftet mit meiner, mit meiner Töpfe also hast du nichts hier zum, ähm, Heiltau, weißt du auch nicht, oder? ne, ich hab gar keine, ich hab gar keine, ähm, keinen, ja, Siegel sehr schön ja, die Schallachfäule ist echt, ging doch schnell, ja, schnell aufgebaut ja, da ist er ja, wo, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, ach da, über mir, hallo guck mal, wie viele Töpfe machen, hast du es gesehen? krass, oder? ja ja also, auch mit dem Feuer, ist ja genau so, in den Feuertöpfen na, ich hab ja, äh, 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 so einen Heiligtöpf draufgeschmissen einen Kling, oder großen? einen Weihwassertöpf, ich sag, ist das Ding einfach, keine Ahnung so so schön in der Laufen oh, was denn der? ah, hier ist er, der Laufen voll oh, Alter oh, das ist die Explosion das ist die Explosion das ist die Explosion na doch, ich dachte, aber da schießt nur die, hä, was wird denn das? hä? hä? da hat er doch noch übs viel Leben hehehe was wird denn das? was wird denn das? Todeskroll da läuft der voll lässig, oder? hehehe 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 da läuft's drauf oh, die machen wir Gutschaden ah, da hat er auch eingestanden vorher ah, hab ich ja mal, warte mal in den Ablängs kommt der schon, oder? ne, der ist draußen hat sich geheilt scheiße warte mal ja, warte ja, warte aber hast du gesehen, wie viel das Parfum bei dem Schaden gemacht hat? krass, oder? ne, hab ich nicht aufgepasst ich versuch mein Glück jetzt, ja ja, lois Schäfer fehlt ah oah oah oah, geil, ich kann die auch hoch, hoch ich kann die auch hochschmeißen, ja scheiße, ich bin gestorben stand mittendrinne scheiße oah, ich kann, ich kann die ich kann die, die Ameisen fallen, oah, oah, scheiße oah, ne, jetzt kann ich mich umzingeln oah, fuck ja, so ging es nämlich auch scheiße oah, ich kann die, ha, scheiße warte mal, ist hin oder dir schatten eben mal, hab ich oah, diese drechs Ameisen, hau ab jawohl warte mal, die Ameisen können Oh, Alter. Ah, Scheiße. Hat er... Ah. Oh, diese Drecksameisen, ey. Hast du den? Nö. Oh, Scheiße, ich hab's falsch gehalten, mein Gesetz. Scheiße. Jawohl. Mit der Riesenjagd. Mit der Riesenjagd. Oh, Invader, oder? Ja. Ja, unten. Er spornt hier unten. Morsel, was? Morsel? Das ist bestimmt Morsel, ja. Aber da hat hier... Blutdingens. Hinten kommt hier, ähm, der... der Kölne. Da hat er auf jeden Fall lang paar Jägerzeuger. Ja. Oh, wo kommt die jetzt her? Hilfe! Wie von hinten, ne? Wie von diesen Kirchen. Hm. Na gut, zu dritt geht's. 6.000 Runen geben die, Alter Schwede. Und Tränke aufgefüllt. Ah, da kommt, glaub ich, mehrere. Da steht er immer. Wo steht einer? Bei mir war der schon da. Achso, ne. Bei mir war er noch nüchter. Es hat gewusst gewundert, warum er dann aufgenommen ist. Baub, da kam er gerade aus dem Boden der raus. Boah, sie haben überhaupt viele, eh. Ich habe eine Masse... Ja, aber der drittadi wird er immer ganz viele although weg, ja. ... absolutely. Ach 19 LitergresBug, der. Achso, Achtung, da kommen noch welche runter. Ja, ich hab gerade zugeguckt, das ist ground angekrieg recuper controlled. alles brennen die sind jetzt die großen voller Töpfe die sind der Volkontop der Volkontop scheiße ich hatte nur 3 aber da war echt lustig weg 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 die machen halt viel mehr Schaden ja auf Dauer halt, die haben ja alle gebrannt jetzt und du brauchst FP das hinten ist noch einer 2, 3, wo kommen die Schuhe da her? die 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 quetschen hier sind eine Säure hier vorne ist der Profimeur hier ja ich würde den ja genau ich liebe jetzt Kacke ach scheiße wird es zeitig die oben ist nachher nach rechts die Treppe hoch gleich wird gleich geduckt hörst du dich schon mit dem Zombie? ja, hab ich es kommt gleich ein blutiger Finger schon ja, Alter ja keine 5 Minuten da eh hast du nach draußen drückgekehrt? ja, ja aber ich hab trotzdem Krummfinger Medizin gekriegt ja genau ist ja wie besiegt ne ja Achtung, Profimeur Achtung, da ist irgendwo noch einer da oben Boah Boah Profimeur Sprechen sie das Moos halt auch fallen lassen ah da kommt er, ich sehne ah scheiße, hab nur gesehen ah weg ah weg ah weg 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 weißt du hast du gesehen? naja Ah, ich kann Töpfe herstellen, da kann ich die Heilung blockieren, das ist cool Ja gut, das ging ja weiter bestimmt gut Ja Der hat Miranda-Pulver gehabt Achtung, hier sind noch zwei zu den Zombies Echt? Okay Aber die kommen theoretisch von hier oben irgendwo Hier kannst du, guck ich, hier kannst du Wir kommen schon Kommen sie schon, okay Ah, scheiße, hab ich... Scheiße, schon Noch einer Und? Ach da Oh, was warst du? Ich dachte auch fast macht das hier Ich dachte auch fast macht das hier so einen Blitz Entschuldigung, ich wollte den damit mal angreifen Wollte gucken, wieviel Schaden das macht Warte hin Unten, ähm, da ist ja so, ähm Boah, Alter Irgendwelche Wormhaufen Ich hab bei den Spons hochgekommen Jetzt schießt's Achtung Ich hab mich grad geheilt Von hier hab ich bei den Spons gekommen Wo ich dir das außenmal gesagt hab Ah, okay Achtung Achtung, schieß wieder Auf mich Ah, die machen Schader, oder? Ja Ah, die machen Schader, oder? Ja Ah, gestackert, super Weil das, das Haufen Damage macht Ähm, wo bist du denn? Ach ja Oh, ich hab's gar nicht gesehen Was? Verspuff gesproken Ja, ging wohl Ging wohl Ach fuck, ah, du scheiße Ich, sterbe auch gleich, oder? Roche, roche Bulli Ich muss mal weg hier, ich hink fest. Es waren drei Stück, die hinter mir aufkommen. Ne, ich hab... Achtung hinter dir ist der Große mit dem Pferd. Der kommt. Ist dir vorhin schon noch übsten Wolken drin? Ah, wieder das Heilig gewesen. Ich weiß nicht, ich will nicht. Oh, hier so ein Scheiße ist ein Zwerg. Nimmst du den rechten, ich nehm den linken? Warte mal, warte, warte. Ja, die kann man backstab, die drehen sich wieder weg. Ja, ne, ich hab mich bloß noch mal geheilt, warte. Nimmst du den rechten, den linken? Scheiße. Ach gut, ist ja egal, du bist eine Animation. Ich hab meine, ich hab meine in die Ecke getrieben. Warte, scheiße, warte, das war knapp. Fast gestorben. Ja, ich könnte, meiner ist weggesprungen, weil, weil deiner hat mich gesehen. Ach so? Oh ne, Mogel Mordheim. Und scheiße, ich hab natürlich nicht mehr viel tränke, ne? Ich hab übrigens noch einen. Ja, wir gucken einfach, wie wir's machen. Erstmal orientieren, wo er ist. Da kann er doch jetzt irgendwo im Schloss gespawnt sein, ne? Wollen wir uns verstecken? Von hier, von hier aus, ja, ich hab keine FP mehr zum... Ach so, ich kann ja mal gucken, warte mal. Ja, ich bin eine Fahne. Aber da kommt ein Gegner raus, scheiße. Ja, ich hätt ihn, ich hätt ihn gemacht, ach so. Hier ist er, hier ist er, hier drin ist er, hier drin ist er. Hier links in der Ecke war gerade die rote Gestalt. Ja, ich hab ich hier drin. Ach so, ich weiß. Ach so, ich weiß nicht. Ach so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber da ist gut, siehst du, gegen die Typen ist das, da könnte nichts machen. Hast du gesehen? Weißt du, dieses Eisending war? Ah, ich hab wieder Vollet reingehaut Geil Das war ich Passt wieder, wie die Planetbound Jäger ist da hier Bist du in der Schattenbrücke oder was? Ja Ich hab jetzt da ein bisschen aufgeholt Also, ich hab jetzt das Gebiet ums Haus Vulkan hab ich eigentlich soweit schon mal erkundet Ich glaub der Pia hat jetzt erstmal noch alles soweit offen gelassen, also könnten wir theoretisch bei dem Weiterspielen Oh, ich geh schon durch Oh, nein, du Durst Oh, was ist das? Oh Was soll das jetzt? Kann ich mal ne Meldung, ne? Könnt nicht mal was machen, ey Kann ich mal ne Meldung, dass er mal kommis zu Hat er jetzt seine ganze Mana-Leiste weggebalzt oder was? Alter Alter Ja, die Meldung kommt zu spät Ich hab ne Ich hab ne Na gut Ich komm da runtergelaufen, Steven So, ja Hm, weil die Richtigung muss ich denn Ich muss denn Hier ist doch Nee Oh ja, reinfällt er da Hm Ordentlich mehr, ja Stand noch ganz woanders Hast nur einer Ah Ah ne, kommt der zweite, kommt der zweite Kommt der zweite, ja Uff, daneben geschlagen Gold gab es bei uns Schon aufgestanden, ne? Nö Ich bin erst genau am falschen Und doch, guck mal jetzt, da sind wir da ziemlich auch hell Machst jetzt Magie, oder? Oha, steig! Steig! Und weil ist noch im Bauch? Das liegt nicht doch nicht Ich Ich buche rein 9000 Oha, steig Das haben wir noch nie geschafft, krass Handgelenk Kamer Oh, der ist ja wieder gefallen Warte, gleichzeitig 3, 2, ok Leck mich Achso, du hast drüber gezählt, ja Achtung 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 Laserstrahlen Hörte Säulen Nach oben Nach oben Nach oben Ok Dreimal nach oben Steig Steig Die haben wir so wischt Ach ne, doch nicht Lebt noch Ist gefallen Stimmen Wird man seinen Bauch nähe, ne? Ne Aber den haben wir gleich Den haben wir gleich Achtung Steig Gefallen Ah ne, ist gestorben 5000 Runen 5800 knapp Wow Hier Hier, hier, los Hier Hier Ich muss noch Pullen Hallo Juuu Wow